Paluten hat ein großes Problem. Er hat vor ein paar Tagen die 5 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht. Aber wieso ist das jetzt ein Problem? Paluten hat mal folgendes über seinen Minecraft-Skin gesagt. Das ist aber auch ein hässlicher Skin. Was hältst du von dem? Der Typ sieht ja komplett aus wie die letzte Rott. Und weil er seinen Skin so hässlich findet, ist er am Ende dieses Videos Palutens neuen Skin, den ich gepixelt habe. Denn trotz, dass er seinen jetzigen Skin so schlecht findet, trennt der Junge seit Jahren mit ihm rum, ohne ihn zu wechseln. Wobei, das stimmt nicht so ganz, denn vor diesem gab es noch ein paar andere Paluten-Skins, die alle noch viel schlimmer aussahen. Also, es ist gut, dass ich ihm einen neuen gepixelt habe, den du gleich sehen wirst. Übrigens ist dir gerade aufgefallen, dass Paluten früher kein Kürbis, sondern einfach eine Melone war? Tut mir leid, wenn ich deine Kindheit zerstört habe. Naja, jedenfalls muss Palutens neue Skin irgendwas mit Edgar zu tun haben. Also habe ich diese schönen Beine mit Edgar drauf gepixelt. Als nächstes braucht sein Oberkörper eine dicke 5 Millionen, weil er dieses Jahr die 5 Millionen Abonnenten geknackt hat. Ich würde gerne dieses Jahr noch die halbe Million Abonnenten schaffen, also abonnier jetzt schnell, um mir dabei zu helfen, danke. Jetzt braucht Paluten-Skin nur noch ein komplett neues Gemüse. Und ja, Melonen sind genau wie Kürbiser auch Gemüse. Also habe ich mich für eine Zwiebel entschieden und das ist jetzt Palutens neue Skin.